Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Age of Empires. Wir machen jetzt eine Montezuma-Kampagne in der letzten Mission. Fünf ist ja meistens das letzte. Also, ja, rodelnde See. Überliefert von Gautemok, Herrscher von Tenochtitlan. Oh, wir sind jetzt Herrscher. Der Tod Montezumas fachte den Zorn meines Volkes nur weiter an. Ich plante den Angriff auf die Spanier persönlich zu führen. So sollte es auch sein, Gautemok. Sagen die Priester, denn ihr seid nun unser Herrscher. Ich nahm meinen Platz auf dem Iqpali ein und der herrschaftliche Kopfschmuck wurde auf mein Haupt gesetzt. Eine Krone ist immer eine schwere Last. Ja. Cortes war noch nicht weit von Tenochtitlan, denn das gestohlene Gold verlangsamte die Spanier. Da sie entlang des Ufers des Sees zu fliehen versuchten, stellten meine Krieger ihnen in Kanus nach. Jetzt gibt es die Kriegskanus. Ich entlangte weitere Krieger über Land, denn nun war es offensichtlich, dass Kautestik zu seinen Verbündeten in Flaxcala flüchten wollte. Auf der Nordseite des Sees Texcoco schlossen wir zu den Spaniern auf. Okay. Wir müssen jetzt vom Fliehen aufhalten. Es gab ja schon mal so eine Mission. Äh, wir siegen sie Texcoco und die Spanier. Die Spanier sollen nie wieder einen Fuß nach Tenochtitlan setzen. Keiner soll unseren Schwertern entkommen. Ja, oh. Keine Dorfbewohner für mich? Doch, ein von euch, der spielt. Oh. Doch, die haben wir Dorfbewohner. Oh, was geht denn hier ab? Was haben wir hier? Seltsame Türme. Oh, das gewinnt mir echt nicht. Ja, 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 kann man ja überall drüber laufen. Keine wirkliche Mauer. Äh. Oh, ich weiß. Bancu. Bancu? Spania. Wärtsin? 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 Komm, geh mal hier rein. Und einer von euch geht hier hin, I guess? Weiterspielen. Ah. Oh, oh. Okay. Das heißt, wir dürfen ab jetzt auch Kanonen machen, oder habe ich das falsch bestanden? Wenn wir die spanischen Pferde rauben, können wir unsere eigene Kavalerie ausbilden. Bedienen wir uns an ihrem Schießpulver, könnten wir gar unsere eigenen Kanonen gegen die Spanier ins Feld führen. Ja. Eigene Schießpulver. Das hört sich doch interessant an. Und da kommt deren Schiffe. Cool. Kann man da hinlaufen? Man kann da anscheinend hinlaufen. Okay, dann ist das Transportchef eher eine Art speedy, schnelleres Transportmittel hier. Wo man über den ganzen See laufen kann. Was nicht so gut für uns ist. Aber da schlecht Verteidigung aufbauen kann. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Keine Angst. Hey. Wie? Äh. Aztac. Aztac. Und vielleicht hier so zumachen? Weil ich einen Notfall... Äh... Dorfzentrum bauen muss. Bantelwund. Und dem ist ja auch nicht wieder seltsam. Vor allem mit diesem riesigen Aufbau... Platz, den es hier gibt. Komm mal hier hin. Äh, so. Ach, zack. Ach, zack. Ja. Oh nein. Soll man das hier nirgends hin... Hier könnte man das wahrscheinlich hinbauen, ja. Hm. Das hier sieht relativ zu aus. So gut für Teil. Ich war... Mh... 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 So, warten bis die kommen. Währenddessen könnt ihr mir hier einen... Holzfällerlager bauen. Mh... Mh... So, machst mir noch ein paar mehr Dorfbewohner. Möglich schnell hier auf Holz gehen. Mh... ok das hier ist ja noch alles rund wir haben hier keine Schmiede hier haben wir auch keine oh nein goodbye turm greift das bitte an oh das ist ein Kanonenschurm jonke mach den weg ne ok der schießt noch da unten ok 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 ach die gehen hier auf den Turm ok ok bantelwurm bantelwurm ab 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 y Hatte ich noch mehr Schiffe? Ja, okay. Ich wusste, dass das hier nichts wäre. Viel zu offen. Viel zu schlecht zu verteidigen. So, hier habe ich Choke Points. Hier habe ich Bolt. Hier habe ich noch Brachbohr nur. Okay. Ah, cool. Ah, cool. Ah. Ich habe mir gerade was ein. Wendet das hier wieder so ein... Ah, Vogel, lass mich. Wendet das hier wieder so ein Ding werden mit Weltwunder? Sonst ist es ein bisschen zu einfach, oder? Hm. Vogel, schütt mir zu. Und kommst du hier nicht durch? Hier nur zu? Nö. Aber nee. Hm. Nee, immer wieder hier hin. Hi. Wer macht jetzt alle hier mit? Ja, ja. Hier werde ich hier ein... Bis ihr da durchkommt. Oder bis ihr Kanonen kommen. So, dass ihr dann rausrennen könnt. Solange bleibt ihr da. Wir haben ein spanisches Pferd gefangen. Wenn wir es zu unserer Festung zurückbringen, können wir vielleicht lernen, darauf in die Schlacht zu reiten. Oh. Äh. Hier scheint ja noch was zu sein. Und ein Adlerkrieger, bitte hier scouten. Ach, zack. Ach, zack. Ach, zack. Ach, zack. Äh. Hm. Wenn wir irgendwie jetzt... Ach, da sind noch mehr Pferde. Okay. Wie viele von denen brauchen wir denn? Oder kriege ich dann so viele Reiter, wie ich da Pferde hinbekomme? Könnte das sowas sein? Great. Wie viele? 150. Oh. Rennen. Okay. Jetzt nachher ist gut. Äh. Hier noch ein paar Adlerkrieger. Und hier hin. Und hier hin. Und hier hin. So. War ich das noch? Äh, wo wollt ihr hin? Kleine Pferdchen, hm? Kleine Pferdchen, wie geht es denn? So. Das hier könnte ich vielleicht... Nee. Noch eine Burg hier hin platzieren. Jetzt wird reichlich wenig. Hm. Also hier irgendwo eine Burg soll ich platzieren. Jetzt wo ich mich hier hin ja schon fast ausgebreitet hab. Aber nee. Aber nee. Hm. So. Ein paar mehr Leute auf Holz. Kann kein Upgrade für die Holzfäller bauen. Hier auch kein Upgrade. Jetzt. Äh. So. So. Hier hin bitte. Hier blöd erziele ich dann irgendwo die Burg hin. ja genau ja, da ist auch ein schöner Platz und dann ein paar von den Holzfällern auf Nahrung ist glaube ich gut, ja hier verdienen sie mir so ein bisschen die Verteidigung weg vielleicht sollte ich irgendwie hier so ein Holzfällerlager wo sie alle arbeiten können ohne dass sie mir Verteidigung weg machen ja, es ging doch das war's, du bist jetzt ich glaube, du warst schon mal Gold Gold Mann Gold, Bergarbeiter so, jetzt das Wort habe ich gesucht was kriege ich jetzt dafür, wenn ihr dahin geht ja wir haben einen Reiter ausgebildet Wir haben einen Reiter ausgebildet. Wir haben einen Reiter ausgebildet. Wir haben einen Reiter ausgebildet. Was ist denn das? Wir haben einen Reiter ausgebildet. Wusstest du schon? Wir haben einen Reiter ausgebildet. Du wirst es nicht ahnen, aber wir haben einen Reiter ausgebildet. Ja, funniest shit I've ever seen. Geh mal hier. Bisschen scouten. Alter, es ist der Geräusch laut, wenn die da rein sich reingehen. Hm. Ah, hier ist geschlossen. Stimmt. Sehen interessant aus. Okay, die kann man aber auch nur in der Kampagne bekommen, oder? Guck mal, ich brauche euch. Eeeh, ich brauche euch auf. Eeeh, sorry? Was macht ihr hier? Ach, ihr seid die Dorfbewohner. Was ich da drauf geschickt hatte. Ja. Äh, ach, zack. Ach, zack. So, und wo sind die jetzt hin? Oh, da kommt ja noch mehr. Bin die hier so rum? Ja. Okay, ja, okay, ja, die haben wirklich auf diesen einen Turm hier gegeiert. Dann mach ich den lieber weg. Bisschen noch in Nahrung. Bisschen noch in Nahrung. Bisschen noch in Nahrung. Okay. Nein. Cool. Huntelwood. 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 Sorry. Sorry. Noch ein bisschen auf Gold. So, was mache ich mit dir? Ah, was bauen wir noch? Zack, zack. Ach, zack. Okay. So, dann werden hier noch ein paar Adlerkrieger rausgeholt. Ihr könnt wieder hier rein. Und hier auf dem Pferd könnt ihr ja mal ein bisschen scouten. Das hört sich doch gut an. Kloster ist wichtig. Irgendwo nah. Near. Far. Wherever it are. Ach, zack. Ach, zack. Es ist ein altes spanisches Munitionsdepot. Diese Wagenladungen von Schießpulver könnten noch nützlich sein. Und wo muss ich den bringen? Ich bin mal wieder zurück. oh 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 he's relatively tanky um uh oh 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 und kämpft hier mit denen bin hier hingepasst zack zack ich spare mein gold auf das ab ja danke wenn ich die hier bringen werden sie bestimmt direkt zu kanonen oder ja nicht nur gold alles klar habe ich ja gerade das meiste von ausgegeben dün dün jay jay hierhin bitte. Danke. Teil mal. Teil mal deine Freunde. Oh, da ist noch mehr Stein. Oh, da ist ein Haufen Steinen. Das ist mein Stein. Ja, nicht, dass sie auf Ideen kommen, meinen Stein weggeiern wollen. Ich habe ja noch Druck. So gut sind die Adlerkrieger jetzt auch nicht. Wir haben halt keine Rüstung, nicht? Gegen Fernkampf sind es okay, aber im Nahkampf. So, du gehst auf T, du gehst. Adlerkrieger. So, du gehst auf T, du gehst. Adlerkrieger. Ich lasse meine Dorfbewohner trotzdem mal hier und mache sie, dass sie irgendwie, keine Ahnung, Holz fallen. oh, ich schaue, ich habe eine Belagerungskanone hergestellt, wir haben eine Belagerungskanone hergestellt, wir haben eine, nein, oh, das wollte ich jetzt nicht. Wunnen. Hm. jetzt ziehen sie weiter interessant jetzt ziehen sie hier hin nicht so interessant jeden kanonenschiff ist halt schwer zu verteidigen ach zack ach zack oh du musst das hier fertig bauen bantelun äh ja kurz fallen schwierig ja ich soll mein gold nicht auch prüster nutzen glaube ich hab ich noch meinen ich habe noch mein transportschiff und jeder ihr könnt da rein das ist gut allemal da rein euch heilen ja 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 vor? Warum seid ihr da hingelaufen, wenn ich euch gesagt habe, ihr sollt da rein? Danke. Und Expresslieferung nach da hinten, bitte. Dann, wenn ich hier die Dings habe, die... Oh, warte, ich bin ja auch... Ah, ich bekomme Kanonen. Ich brauche mir das Geld, das Gold meine ich. Ich kann dafür noch ein paar Priester. So schlecht sind die jetzt auch nicht. Vielleicht ein, zwei Range würde. Äh... Irgendwann, irgendwie... Irgendwann, irgendwie... Irgendwann. Ah, sie haben Ketzerei. Das ist ja dreckig. Habe ich Ketzerei? Ich habe Ketzerei. Oh, oh, rennt. Da sind wieder so ein paar von diesen Explosionstypen gewesen, die haben alle da alles zerstört. Ja, es ist ja schon grad. Äh... so... so... Äh... so. bleib bitte weg wieder die mit ihrem blöden gezeug hier es kommen aber keine monen ich baue einen tribok aber nur dass ich ihn habe Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Und hier greift eins. Komm, kommen wir wieder hier hin. Ja, mir geht's Golterhaus. Hier brauche ich wahrscheinlich Golter, wenn ich hab. Ja. Wenigstens haben sie jetzt ihre Armeen von hier weggenommen. Dann schicken sie hier hin. Was war das? Ich hab hier grad was rotes gesehen. Ich finde es jetzt auch nicht so gut, dass die Ketzerei haben. Aber ich speichere jetzt mal. Ja. 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 Ja.